Einen wunderschönen guten Tag, wenn wir jetzt zu kommen. In einer neuen Folge von Windblown. Wir sind einmal mehr bei der wunderschönen Factory. Direkt mal eins auf die Rübe gekriegt. Sehr gut. Dieses blöde Ravenblade, wirklich, das nervt mich. Gib mir eine andere Waffe hier, komm. Da bin ich nämlich direkt mal Rüstung verloren. Finde ich nicht schön. Es war einmal noch besser, alles HP zu verlieren, aber auch Rüstung verlieren ist scheiße. So, weg da. So, wo sehe ich, wie viel Damage ich gerade aktiv gemacht habe, wegen dem Rush halt, ne? Irgendwo eine Anzeige wäre eigentlich noch cool gewesen, aber... Gibt's nicht. Schade. Naja. Okay. Oh, Jesus. Komm mal hier so. Ja, komm mal ran. Och, Mann. Nicht aktiv, der Rush, ne. Aber bald. Oh! Das war nicht der Weg. Ne, hier ist der Weg. Juhl. Was haben wir hier so? Ja, da. Grenade Level 3. Ja, why not? Ne, ist halt Level 3. Ist da natürlich schon ein bisschen besser. Das Crystallize habe ich nicht gemacht. Ich trottel. Mann. Naja. Hab noch genug Möglichkeiten für Crystallize. Ja, Rush verfehlt. Sehr gut. Nein, schon wieder das Crystallize. Ach Gott. Ja, wer halt blöd ist, der muss leiden. Und ich leide sehr viel. Ich leide sehr, sehr viel. Ist wieder nicht gemacht. Warum habe ich das Crystallize plötzlich nicht mehr? Hier noch eine Truhe. Ja. Torched Blade. Ja, komm. Es ist mir immer noch lieber als das Raven Blade. Was ist hier? Ei. Zwei Truhen sogar. Okay. Ja, mach mal Crystallize. Danke. Ei. Jetzt hab ich ein bisschen mumisum gegen die Kollegen hier, ne? Okay. Ejecting wie gar nichts. Auch gut. Ja, dann. Zwei Truhen. Ja, damit. Memonite Dust. Raven Blade Level 3. Ja, komm. Dann nehme ich direkt aus dem Raven Blade. Tatsächlich mag ich, habe ich jetzt gerade wieder realisiert. Ich mag das Raven Blade mehr als das George Blade. Das ist gar nicht meine Waffe, das George Blade. Gar nicht meine Waffe. Sag mal, hier ein Gift kriege ich hier. Ja, das nehme ich aber. I'll take it. Ja. Easy. Jesus Christ. Aua. Ja, mach mal. Ei, 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 ei. Was für ein Damage denn? Äh. Ja, Frost Nova. Ja, dann machen wir Frost Nova zurück. Fürst die Level 3. Okay. Okay. Ich möchte einen Boost. Ich geire halt auf die HP, ne? Jesus. Ja. Easy. 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 Man, lass mich. Mein Schilder, ich habe ich wieder halbiert jetzt in dem Level. Ist das mühsam. Ja. Maximum Health. So, jetzt habe ich 175. Hund leben. Und aktuell 47 Rüstung. Was ja, oh shit. Was okay ist. Less than 25. Ey, lass es das mit less than 25 seconds bringe ich nicht hin. Dann muss ich es auch nicht probieren. Und unnötig Damage fressen. Bin ich ehrlich. Ich habe mal hier. Ach, der trockene Wichser. Wieder kein Crystal House gemacht. Ich bin wirklich, ich bin dumm. Sag ich es so, wie es ist. Ja, habe ich ja schon. Warum gibst du mir so was, was ich schon habe? Das ist ja unnötig. Naja. Äh. Nee, geh hier. Braucht den, den Shop nicht. Na los. Ich check mir irgendwie nichts hier. Nein, ist mir auch recht, aber. Tag. Ah, ah ne, der lebt noch. Warte mal. So. Gib mir ein Gift. Ja. Nehme ich. Beschneiflevel 3. Für 40 Leben. Ja, ich will ja eigentlich keine Leben abgeben. Vor allem nicht, wenn ich direkt vom Headbanger bin. Das wäre ja, das wäre ja dumm. Naja. Scheiße, warte. Perfekt, Junge. Ja. Aua. 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 Nein, 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 nein. Mach die Scheiße weg da. Komm. Danke. Ja. Jesus Christ. Nee, mach's weg da. Danke. Danke. Ja, nee. Die Scheiße muss weg. Hallo. Danke. Kommt nochmal. Ich heil mich mal. Alter. Lass mich doch mal. Guck mal. Dreimal Rush nacheinander. Das ist doch nice. Ja, mach's weg da bitte. Danke. Na los. Zweimal ausgegeben dem Ding sogar. Ach du Scheiße. Sehr gut. Da ist er doch weg, der Headbanger. Guck mal. Und nochmal Crystallize. Wunderbar. Memonite Dust. Memonite Shard. Memonite Fragment. Und Get a Gift. Äh. Kills. Refill Trinkets. Corks Looted. Äh. Ja, scheiße. Trinkt mir eigentlich gar nichts. Also gefällt mir gar nichts. Besser gesagt. Naja. Dann gehen wir. Also ein. Nein. Ich kann mir nicht meinen Heiltrank leisten. Ich habe zu viele. Shells verloren. Habe ich Trottel. Ich kann mir gar nichts kaufen. Ja gut. Gut. Dafür habe ich weniger Damage gefressen. Als ich hätte. Soll. Get one Memonite Dust. Ja komm. Why the fuck not. Ja. Okay. Continue Expedition. Sehr gut. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns morgen wieder. Zeig ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut meine Lieben. Tschüss. Tschüss. gib David. Däks. Däks. Okay. Jetzt noch doesn't Western trips up to. Däks. 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 Vielen Dank.